Hey, mein Name ist Mudo von Die Fantastischen Vier. Hallo, mein Name ist Rolf Stahloven aus Mannheim. Hallo, ich bin der Raik E. von den Journalist & Monkeys. Laut gegen Nazis ist es eine Initiative, die es schon ein paar Jahre gibt und die ich ständig unterstütze. Wenn man die Nachrichten guckt oder sowas, sieht man, dass leider diese Idioten immer noch viel zu viel Platz haben. Und wenn man über diese Probleme nicht redet, über diese Probleme in der Gesellschaft, über die Probleme mit rechter Gewalt, über die Probleme mit Gewalt in der Gesellschaft, über all das, dann wird das nicht von alleine verschwinden. Klick mich, klick mich, klick mich. Klick mich, klick mich. Vielen Dank.